Oja, loja, heja, hej! Ah, loja, heja, hej! Loja, heja, hej! Lihalo, heja! Dankeschön! So, einen Titel haben wir noch, eine wunderschöne Entscheidung bekommen, Und damit möchten wir uns ganz, ganz lieb von euch verabschieden. Oh, macht ja nichts. Ihr könnt ja nächste Woche nach Halle kommen. Sehen wir euch in Halle zum Saalzfest zusammen mit MDR Radio Sachsen-Anhalt den ganzen Tag. So, meine Frage, Magdeburg, wollt ihr die Eisbären sehen? Okay. Wir sind die König aus dem ewigen Eis. Und ihr Ton ist blau und weiß. Oh, 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 oh. Und er wird niemals untergehen. Oh, 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 oh. Niemals, weil wir hinter euch stehen. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Oh, 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 oh. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Oh, 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 oh. Wir sind so wild aus dem ewigen Geist. Und jeder denkt, was jeder hier weiß. Du wärst stark und voll Energie. Du musst mal reden, du wohnst, wie heißt mir nur viel. Hey, you are the ice man, say. Hey, you are the ice man, say. Du musst so leben, wie du leut, wie heißt mir. Wir haben die Ice man, so yeah. Wir haben die Ice man, so yeah. Freunde, wir sagen Dankeschön. Und noch mal hoch die Hände. All die Hände nach oben. Hey, you are the ice man, say. Hey, you are the ice man, say. We are the ice man, say. Oh, oh, oh. Wie are the ice man, so yeah. Wir haben die Ice man, so yeah. We are the ice man, so yeah. Wir haben die Eisbärche, so wie er. Wir haben die Eisbärche, so wie er. Wir haben die Eisbärche, so wie er. Diese fünf Jungs verstehen immer was von Musik. Live gesungen, live gespielt und das alles hier bei MDR Sachsen-Anhalt. Die MDR Partyband Fantastic Five. Euer Applaus. Dankeschön.